Wittenberge. Mit einem symbolischen Spatenstich begannen am 5. September die Arbeiten für ein neues Tanklager der IOI Olio GmbH im Industriegebiet Süd. Mit dabei waren neben dem Werkleiter Dr. Ronald Apel auch Landrat Thorsten Uhr und der Vorsitzende der Wittenberger Stadtverordnetenversammlung Carsten Korup. Das neue Tanklager soll Ende des Jahres fertiggestellt sein und dann insgesamt 1.800 Kubikmeter Fassungsvermögen bereitstellen. Die IOI Olio GmbH stellt derzeit mit rund 100 Mitarbeitern pflanzliche Fettsäuren her und ist wichtiger Zulieferer der Kosmetikindustrie. Mit der rund 1,5 Millionen Euro teuren Investition liegt das Unternehmen den Grundstein für zukünftige Produktionserweiterung. Dadurch sollen perspektivisch auch neue Arbeitsplätze entstehen.